Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Material und Verarbeitung wirklich gut, Schnitt wie abgebildet, ein wirklicher Hingucker. Der Rock sieht aus wie ein echter Lederrock, obwohl er natürlich aus Kunstleder ist. Siehe mein Foto. Vor dem ersten Anziehen musste ich ihn jedoch von links etwas gebügelt um die Transportfalten zu minimieren. Deshalb nur vierte Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.